Ich sette das Video jetzt einer Freundin. Ja, mach das. Hey, Salty! Heute noch... Knackwurst! Knacker! Knackwurstzimmel! Knackwurstzimmel! So, schau her! Geh weiter! So, schau her! Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich hab sogar H... H plus! Oh my god! Oh! Ja, du! Was hast du für'n Vertrag? Telekom. Sie wissen alle was für Vertrag aus. Du musst es auszupiepen. Business Vertrag. Ah! Was denn da? Ah! Mein Mann war aber schlecht. Flächster geht der Fall. Wir brauchen einen Krankenwagen. Komm komm! Herz in Fakt! Herz in Fakt! Olek! Das sind die Zipfel! Ja, klar! Ich hab' mich am Augen zugehalten. Das sind die Zipfel-Klatsche! 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 Da muss ich die Schweinser zensieren. Das wird ja was. Hey, warum muss die zensieren? Das ist nur die nackt sind. Die hat doch keiner rennen. Die hat doch bis jetzt... Andere Richtung eigentlich. Die hat kein YouTuber bis jetzt zensiert. Und bläber bitte nimmer ins Ohr. Okay. Ich bin nur der Bestes. Hey, die hat doch... Olek! Oh! Oh! Oh Gott! LOL! Hat er uns instant tot gemacht! Ja! Auf ein... Auf einen Schlag! LOL! Oh, das ist... Du... 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 Hoffentlich haben wir das im Video... Hahaha! Also wir haben dann Spaß beim Outload. Ne, ne, wo gehst du hin? Weiß ich nicht. Warte! Die hat einer gesehen, glaub ich. Ja, ja, wir werden verfolgt. Schnell, schnell, schnell! Ah, der geht nicht hoch! Wie geht's mir? Jetzt tu halt das Ding her, du hast da... Notiz aufgeschrieben. Notiz! Beste Blot... Blotst und die Notizen. Blotst und die Notizen. Was sind denn die Notizen? Sind die auf einen? Den Gott! Bist du! Das erst mal das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas glattes und dunkles, ooooooooo, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Orgasmen... Nee, Organen anstarrt. Die ich mir nie hätte vorstellen können. Mit Orgasmen anstarrt? Ja, wenn's um... Sitz jemand da... Wenn's um etwas glattes... Ja, obwohl, nee... Ja, okay, jetzt war's jetzt rassistisch, ne? Ähm... Okay, war's besser. Die Lügen. Die Lüge und die Lüge wurde. Ich... Jetzt gehen wir weg. Ich erkenne die... Jetzt... Ich er... Ich er... Ich erkenne die Handschrift. Hört auch mal geil. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an... Was? MK-Ultra-CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen... Hört nicht auf. Was ist das Geräusch? Muss mal da hinten spielen. Das ist verzögert. Oh, das ist bitter, weil's verzögert ist, ne? Dann kommt der Typ und du tust weg, weil die ist ja schon wieder da unten. Dann fangen wir jetzt zurück, oder? Rechts. Da ist einer, da ist einer. Der hat dich, der hat dich. Der hat dich. Für du muss die Kamera dazu. Du hängst fest. Du hängst fest. Wo hängen wir denn? Ich geh halt. Das geht nicht. Nicht nach hinten schauen, nicht nach hinten schauen. Das geht nicht. Hä? Meisterpleid. Du musst mir irgendwie drücken. Du musst mir drücken. Was ist das? Viel Spaß jetzt. Jetzt rechts. Sie verstehen halt jeder, nicht? Wohl. No racist. Pass auf. Das sind Löcher! Nee, ich hab blöd. Jetzt sind wir runtergefallen. Super. ich mache du musst jetzt ein bild machen tu mal dein handy hier ich mache schon ein bild wie ihr gerade zockt nee du musst schon das tust du dann in den ding rein facebook ja irgendwie so nah ins video ins video wird jetzt hier alles vor eure hände nicht irgendwie aber dann sieht mir nicht dass ihr ja macht das schon ohne köpfe das machen dann ja komm kombinieren deinem handy jetzt auch mal nur das video ja ich mache das mit dem dinge oder es geht jetzt geht es aber zu das war kurz ich bin nicht mehr fein war das der ernst schau her schau her schau her hey sende mir das mal bitte ich habe übrigens wieder in gruppen gestahren jetzt geht es geil also wir sind übrigens die horror horis und wir haben schon ganz coole und wir sind die coolsten hier unter bord wir machen die straßen unsicher gott wie schnell der das jetzt geschickt wir gehen wir gehen mitternacht raus und erschrecken alle anderen die draußen sind wir sind wir wurden schon so oft von der polizei gefasst das glaubt man gar nicht also jetzt polieren wir mal wieder hey kippt mal wie das hängt oder ist das oder ist das so das gefällt euch jetzt das gefällt euch jetzt der kinderz oder muss eine andere richtung und dann rüber springen und ihr schafft es nicht ja wir sind so nubig dafür jetzt kann sich verstecken hat jetzt auch mann gesagt ja mann jetzt auch mann habe ich auch der war cool das wort wir haben bloß noch eine batterie machen nach aus brauchst du ja nicht ja mach die kamera auch aus wieso das verbraucht keine natürlich braucht die energie du brauchst also in die projekte es ist unmöglich das ist unmöglich da rechts oder links weitergehen nee indian soll ich probieren geht es schreibt sie die kommentare ja genau das ist ein super Cliphänger um Prozent wir haben noch eine Viertelstunde Zeit bringe zumal das geht schon was müssen noch nicht soll es probieren hm hm eh alles gut eh wot du musst kurz schauen na da geht es nicht Alexia hier ist es hier und auf der anderen Seite da geht es auch nicht weiter ok na das ist eine Heizung kannst du da nicht durchgehen ne na halt das ist der combostore weitergehen ja das geht schon ne nein nein ah ja das kenne ich ne weiter gehts da sind wir wieder naja jetzt ist Kamera jetzt haben wir keine Kamera mehr ja und somit auch kein Licht mehr so jetzt sind wir Kamera los äh jetzt bei uns erstmal ja gut ja dann werden wir uns bauen jetzt nämlich immer hier wenn wir jetzt verkacken äh ja jetzt haben wir keine Kamera mehr wie geht es einfach mal rechts ja wie heißt das ich soll jetzt runter gehen oder was ja klar ich weiß nicht was du tun sollst wie schaue ich denn aus wie in Florian schaue ich jetzt so aus als ob ich da wieder runter gehen würde der ist da runter gefallen ganz runter ne nee das ganze komm 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 nee ne da brauchen wir keine Zeit ist 21 Ehrig, ich bin aber schade. Geh auf Beenden und speichern. Ich will mir zu Köln lassen. Wahrscheinlich vergieße ich jetzt die Sachen. Ja, das wird lustig. Dann trage ich es dir nachher. Wir wollen wieder was machen. Ja, dann vergesse wieder hier. Dann haben wir die Garantie, dass wir wieder was machen. Dann macht es mal einen Horror-Abend D2. Wir zwei Horror-Abend. Wir müssen mal zur Rushed-Tour. Müssen wir machen in den Ferien. Da kannst du unten durch. Leute, das kannst du wirklich. Ja, logisch. Da ist jetzt eh Anna. Ich will ne beide gehen. Geil duschen. Nach der langen Zeit könnten wir uns schon mal duschen, oder? Was sagt ihr? Auf jeden Fall. Hallo. Jetzt kommt gleich einer. Rechts. Links. Da ist einer. Da. Oder? Ich weiß nicht. Warte. Hast du ihn gesehen? Erstmal nachrennen. Ja. Ich muss nicht gut sehen. Hallo. Hä? Mei. Jetzt häng ich wieder fest. Aua! 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 Oh, leck. Hä? Und jetzt hat... Ich hab mich minimal erschreckt. Oh, schau her. Zu dem gehen wir jetzt gleich hin. Hallo? Wah! Weh! Gib doch mal den! In der Zwangsjacke. Weh. Oh, leck. Hat's mich jetzt gerissen, ey. Oh, mich erst, ey. Da kommt jetzt einer. Ja, ich rush jetzt wenigstens einmal durch. Freizeich halt. Ja, ich freu mich, ja. Aber ich find halt keine Batterien. Obwohl, die brauchen wir jetzt eh nicht. Nee. Du brauchst einen Camcorder. Der liegt jetzt da. Da hinten. Einfach mal zum Licht geh. Olek. Ja. Jetzt beicherts. Passt, ich hab noch mal nen Checkpoint gefunden. Jetzt können wir aufhören. Ja. Gut, dann geh aufs Frechermotell. AHHHHHHHHHHHHHHH Was kommt da vorne? Kannst du sie aufnehmen. 7 Loller hat ein Sprung Schaut doch geiler und stromende Optik Schaut doch geiler aus es hat Prozent 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 das war das war der politischen Schreiber Ich spieße euch auf. Nein, ich spieße euch auf. Hallo? Armee der Zombies. Hey, und jetzt? Super. Hab ich mich erschrocken? Rappen, komm rap mal. Da steht auf einmal so viele Personen, weißt du, ich kriege einen Artifakt hier. Nein! Scheiße, jetzt bis aus. Schnell! Ja, dann halt zurück, oder? Hallo? Hallo? Das geht auch nicht. Ich kann mich nicht raussehen. Wie ausschauen. Hä, wo ist noch ein Tier? Ah, da. Oleg! Okay, jetzt ist es aus. Ich habe ein bisschen geschrien, glaube ich. Der hat den aus? Das ist oleg. So. Ja, das war's dann. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Juh! Ja. Bis zum nächsten Mal und... Ja, genau. Auf Wiedersehen. Ciao. Das riecht toll. Boah, leck mich am Arsch, ey. Boah, leck mich am Arsch, ey. Huh, das beendet noch nicht die Aufnahme. Stopp, stopp, ich muss wieder synchronisieren. Esk gedrückt. Du hast die Aufnahme beendet. Ich hab Esk gedrückt. Ich muss da ganz kurz hier... Audioaufnahme läuft. Videoaufnahme läuft. Oh mein Gott. Herzlich willkommen. 3, 2, 1... . Das ist die Lufte. Oh mein Gott, meine Liebe. Alles in Ordnung, ich sage Ihnen mal. Das ist die Lufte. Vielen Dank.